Ich will den Unterstützer jeweils erklären, dass sie eine Verbesserung der inakzeptablen Organspendesituation in Deutschland erreichen wollen. Ihre Aufgabe als Abgeordnete ist eine vorurteilsfreie Bewertung der Entwürfe. Dabei machen sie es sich nicht leicht und das dürfen sie auch nicht. Denn es stehen Schicksale dahinter, für die spätestens seit der heutigen Debatte sie die Verantwortung tragen. Denn es geht nicht um persönliche Befindlichkeiten. Es geht um Patienten, deren Leben bedroht ist. Und wenn Sie tatsächlich die Situation der Patientinnen und Patienten, Ihren Familien und Freunden, zu denen jeder und jede von uns von jetzt auf gleich gehören kann, als Grundlage für Ihre Entscheidung nehmen, können Sie nur zu einem Entschluss kommen. Ein Entwurf hilft Ihnen und einer tut es nicht. Die Regelung der Kollegen um Frau Baerbock ist eine Aufschiebelösung. Sie versucht gar nicht erst, einen anderen Anschein zu erwecken. Sie versucht vielmehr mit zwei vermeintlich empirischen Argumenten, die wir auch schon gehört haben, zu begründen, warum wir eigentlich so weitermachen können wie bisher. Zitiert wird häufig eine Studie der Universität in Kiel und die gelebte Praxis in Spanien. Und Frau Baerbock, Sie haben gesagt, wir sollen und wollen ehrlich sein. Das müssen wir auch tun, denn wir haben hier doch einige falsche Fakten gehört. Insbesondere auch beispielsweise, dass die Zahlen nicht steigen, wenn man die Widerspruchsregelung einführt. Wenn man, wenn Sie sich angucken, die heutige Pressemitteilung der deutschen Transplantationsgesellschaften, dann steht da ganz klar drin, dass die Zahlen in der Gesamtbetrachtung der Länder mit der Widerspruchsregelung um 30 Prozent höher ist. Wir haben 30 Prozent mehr Spender. Wer sich die viel zitierte Studie genauer ansieht, die Kieler, die einen Zuwachs an Organspenden allein den organisatorischen Abläufen zurechnet, erkennt man bald ihre erheblichen methodischen Mängel. Man kann eben nicht aus ihr ableiten, dass die Infrastruktur allein verantwortlich wäre. Ich empfehle Ihnen stattdessen eine aktuelle Publikation, und zwar die Lektüre der Arbeit der Doktoris Brauer und Günther aus Jena aus diesem Jahr. Und bezüglich unserem großen Vorbild Spanien, wo so viel mehr Menschen durch Transplantationen gerettet werden, wird fachlich behauptet, dass dort zwar de facto eine Widerspruchsregelung gilt, das haben wir gerade auch wieder gehört, sie aber überhaupt nicht gelebt werden würde. Was dabei stets ignoriert wird, ist, dass der Systemwechsel das Entscheidende ist. Ohne diesen Paradigmenwechsel hätte es nicht eine Organspende mehr gegeben. Denn es geht nicht nur um die gesetzliche Neuordnung, es geht um die gesamte kulturelle Ausrichtung, die dahinter steht. Und es ist ja nicht nur Spanien, dass die Entscheidung für einen Systemwechsel bei der Organspende längst klug getroffen hat. Und es sind nicht 20, sondern es sind mittlerweile 22 von 28 EU-Mitgliedstaaten, die die Widerspruchsregelung implementiert haben. Zuletzt ist vor zwei Wochen Schottland dazugekommen. Im Eurotransplant-Verbund sind wir acht Länder. Davon haben sieben die Widerspruchsregelung. Und nun raten Sie mal, welche es nicht hat. Von Ihnen allen importieren wir Organe. Deutschland überlebt durch die Widerspruchsregelung der anderen Länder. Solidarität sieht anders aus. Wir, die wir uns seit Jahrzehnten nicht zu so einem Schritt durchringen konnten, dass diese Länder sich nicht für eine Aufschieberegelung entschieden haben, sollte ihre Befürworter zum Nachdenken anregen. Denn wer tatsächlich davon ausgeht, dass die Abfrage der Organspendebereitschaft zwischen der Juckapalme und der Wartenummer in einem Bürgeramt mit Ja oder Nein oder sogar auch mit Weißlicht zu einer Erhöhung der Zahlen führt, der muss wirklich über eine äußerst große Fantasie verfügen. Wer wirklich denkt, dass die möglichen Spender zwischen Antrags- und Abholtermin mit einem Flyer in der Hand sich einen Termin machen bei ihrem Hausarzt, dessen Vorstellung von der arbeitenden Bevölkerung hat mit der Wirklichkeit wenig zu tun. Von den zeitlichen Möglichkeiten unserer Hausärzte mal ganz zu schweigen. Zu allem Übel wäre frühestens nach zehn Jahren eine Abfrage der Bevölkerung nahezu erreicht. Zehn Jahre, in denen alle Befragten weiteren mit Ich-weiß-nicht antworten können. Liebe Kollegen, wer von Ihnen es tatsächlich als unzumutbar empfindet, den Menschen eine Entscheidung über den Verbleib ihrer eigenen Organe nach dem Tod abzuverlangen, dem muss ich unterstellen, dass er den Ernst der Lage nicht verstanden hat. Die Patienten, von denen derzeit 10.000 auf der Warteliste stehen und täglich drei sterben, halten von einer solchen Lösung jedenfalls nichts. Ich bitte Sie herzlich, persönlich mit Ihnen zu sprechen. Leider haben Sie, Frau Baerbock, entsprechende Anfragen bisher abgelehnt. Liebe Frau Kappert-Gonther, die Patienten sind sehr wohl im Fokus meines Tuns. Lernen Sie zum Beispiel, dort oben sitzt Herr Korosek kennen. Nach jahrelanger Dialyse kämpft sein Körper mit erheblichen Folgeschäden. An einen normalen Alltag oder eine Nacht durchschlafen ist für ihn nicht zu denken. Oder den kleinen Oskar, der mit seinen vier Jahren langsam versteht, dass sein Leben ohne Schwimmbad oder Urlaub anders verläuft als das anderer Kinder, der tatsächlich jüngst seine Mutter fragt, und ich zitiere, Mama, warum kann der liebe Gott mir nicht einfach ein neues Nierchen schenken, damit ich nicht mehr an die Dialyse muss. Ich bitte Sie wirklich, sprechen Sie mit den Betroffenen bis zur zweiten Lesung. Es ist genug Zeit. Wenn Sie sich gerne, kontaktieren Sie mal im Büro. Wir vermitteln gerne. Meine Damen und Herren, es bleibt dabei, die Aufschieberegelung wäre ein weiteres Beispiel für zaghafte Unentschlossenheit, für ein Zaudern, das diesem Hohen Hause, insbesondere in diesen Zeiten, schlecht zu Gesicht steht. Die Menschen erwarten von uns nicht zögern, sondern handeln. Und zu diesem Handel gehört nur ein einziger Zwang, sich zu entscheiden.